Live-Crystal? Jo, verkaufe ich. Oh, warte. Da ist noch so einer. Nasty. Nimble. Ne, hier. Schob. Boom, boom, boom. Davon haben wir auch zwei. Bam. Alles klar. Alter, wie viel Gold, Gold ich habe hier. Nicht schlecht, nicht schlecht. Okay, okay. Deine Might. Deine Might. Deine Might. Deine Might. So, 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 so. So, 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 so. Brauche ich Shadow irgendwas? Oh, warte. Halt. Das und das. Brauche ich das für irgendwas? Ne. Die kann ich verkaufen und den? Auch. Alles klar. Geld, 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 Geld. Immer dieses Umlagern von den Sachen, die man gar nicht braucht. Eigentlich total unnötig. Ich mache es trotzdem. Ich weiß auch nicht warum. Ist halt so. Es ist einfach so. Ein paar noch. Jo, 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 jo. So, jetzt machen wir hier die Brustgedöns. So. Brustgedöns. Jetzt brauchen wir nur noch Hosen. Hosen, dann sind wir fertig hier. So. Au, 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 au. Okay. Hoppla. Witzig, jetzt ist es genau wie der Tag, naja. Egal, da kann ich ein bisschen bauen. Da fliegt der Hase, aber zerberstet er. Hä, ich hab doch noch genug Holz. Soll das nicht mehr funktionieren? Hoppla. Irgendwie läuft das nicht so, wie soll. Okay, wollen wir nochmal eine Tür? Eine Tür, bitte. Eine Tür. Ich brauch eine Tür, meine Damen und Herren. Eine Tür. Eine Tür zum ersten, eine Tür zum zweiten und einen Stuhl. Verkauft an den Herren einen Pik. Pik? Wer ist ein Pik? A Pink. A de Pink. De Pinky, de Punk, de Poo. Dupe, 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 de, 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 de. Bam, bam, bam. So, 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 so sieht's nämlich aus. Hier, im großen Land, der Bestchen des Morgenlandes. What the fuck? What are you talking about? 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 Wow, Wute. Pute, Wute. Pute. Wute. Eine Pute, eine Pute. Das wär's doch, ne? So, eine Pute. Ah, wär richtig schön. So aussieht auch aus, ne? Wunderbar sieht das aus, sag ich dir. Wunderbar, wunderbar. Der Turm da oben wird immer größer. Ich brauch, äh, Holzwand hier. Holzwand, dankeschön. Bitte, dankeschön. Keine Ahnung, wie viele ich brauche. Aber ich brauche sie. Hallo? Hallo, 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 hallo. Danke schön. Warum? Warum? Jetzt wollen wir hier die Wand noch noch fertig machen. Und dann ist auch schon das Ding hier ein Licht. Hoppla. Das ging mal total schief, aber egal. Du musst ganz eindeutig aufpassen, wenn man alles aus Holz baut. Und scream, shout, and let out. Alles klar, okay. Jetzt kommt das oben hier noch. Das lassen wir jetzt. Das sieht gut aus, das sieht gut aus. Okay, jetzt müsste irgendwann mal der Guns-Dealer-Gedöns kommen. Erseiden natürlich. Guck mal, hier ist Bomben. Erseiden natürlich. Scheiße, guck mal, hier die Steine da rein. Was wollte ich sagen? Erseiden natürlich. Erseiden natürlich. Erseiden natürlich. Wir haben noch gar keine Kanone. Dann. Wäre schlecht. Doch, haben wir. Wir haben eine Muskete. Jetzt muss er halt nur noch kommen. Der Kollege Waffenmensch. Das haben wir jetzt gemacht. Ich hoffe, ich habe Geld entgeordnet. Und dann. Ähm. Äh. Wo ist die Blume hinpacken? Die blöde Waffe hier. Pew, 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 pew. Boop, Pew, 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 pew. Okay. Ich will schreien und schreien und lasse es raus. Das ist meine Natur. Verdammt! Verdammt! Super-Kalifragilistik-XP. Ja, wie geht es? Mann! In the house! Aber voll! Okay, dann mache ich halt noch ein paar Wände. Ich hoffe nur. Ich habe nirgendwo noch welche. So, das... Das muss reichen. Dass ich nicht so 10 bis 20 zu viel habe. 30, 40, 100, 1600 Millionen. Was weiß ich. Oder was sollte das hier werden? Eine Ahnung. Ich habe hier einfach so ein Gedöns hingeklatscht. Ohne genau zu wissen, was ich damit vorhabe, ne? So ist das halt manchmal. So. Wollen wir das hier noch zu? Geil, das funktioniert nämlich so gar nicht. Super. Jetzt kann ich auch das hier machen. Tja, so sieht es aus. So, jetzt kann ich theoretisch noch 1, 2, 3 Ketten machen oder so. Na, erstmal, wenn wir hier schon oben sind, machen wir Glas. Ein Haufen Glas. Denn der macht Spaß. Jo. Das wäre das. Ach du meine Güte. Runter, 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 runter. Runder, runter. Kette, Kette. Kette, Kette. Kette. Und jetzt langsam wieder hoch. Wir könnten auch ein Badezimmer hinbauen irgendwo. Πo… post… ne… und jetzt zuhören… Kapi… hoppla das ging mal voll daneben der nicht weil der muss ein weiter nach rechts okay sieht das nicht schön aus ich weiß sie war wunderbar ausgezeichnet jetzt brauchen wir runter runter noch stuhl und tisch nur ein stuhl und tisch ich habe kein holz mehr dafür kann gar nicht sein ich hab noch holz bin ich einfach vorbei gescrollt oder ich stehe nicht richtig das kann natürlich auch sein ich stehe nicht richtig ah problem solfte solvett alles klar was hätten wir eigentlich hätte ich auch zwei stühle machen können natürlich fehlt mir nämlich auch noch ziemlich aus machen wir halt noch ein stuhl und ein tür so jetzt kann sich der spacken aussuchen wo er sich hinsetzen will stellen tun machen in welches welt er will nein anders nach da die türen alle nach der die geht nicht nach darauf soll es immer ist jetzt noch mitten am tag okay dann können wir erweitern und zwar können wir hier ein bisschen glas machen was ist das falsche ist ich will ein glas wand haben glas und glas und zack irgendwo hier kann man das da mal jemand stack oder 3 ich weiß jetzt ist mein ganzes glas da wird draufgegangen fast haha perfekte perfekt zwölf stick oder sieht das nicht hübsch aus was wir ganz und gar nicht gefällt ist dass hier auch gut da wo die pilze wachsen sollen wachsen keine gefällt mir gar nicht finde ich auch das ist total geknackt hoppla das ist schlecht okay okay aber ich habe hier so ein knopf damit kann ich schnell rasen wählen was das gute das gesehen jetzt muss ich mich halt demnächst mal damit beschäftigen wie ich zum beispiel deathweed feuer blasen und den ganzen kram das so wachsen lassen dass die auch samen bringen weiß ich nämlich gar nicht keine ahnung blink root weg sowieso nur ganz tief unten ist echt banane ist aber von dem scheiß kannst du sowieso ganz viel sammeln da hast du meistens auch gleich diese samen dabei die sollten eigentlich pilze wachsen aber das nicht funktioniert dass es irgendwelchen gründen das funktioniert jetzt halt nicht klok klok ende im gelände aus die mors vorbei mit dem spaß auf ins gras dass die kras nach reimen ist nicht mein stärke kollege was mal auf ihr dieses scheiß blowpipel knopf weg ist die behindertste waffe ganze welt verkaufen aber ich mache jetzt geld erst mal verhasst jungle rose lassen ach hier ist dynamit naja egal okay was ist hier kollege boom boom okay okay kann das ja alles wieder an seinen gewohnten platz und dann und dann wie viel glow sticks hier ist ja der wahnsinn so das wird die erste kiste die da unten hinkommt bock schreift s oh